Hey Giulio. Alles klaro? Ach, meine Eltern die Nerven. Pizza Diavola. W-was? Hilft aber Verstopfung, kalte Füße und Koma. Wird schon wieder. Einmal Pizza Senceniente. Schmeckt nicht besonders, ist aber gut für die Gesundheit. Eine Pizza von Marco? Felix? Felix? Hast du die beste Eltern? Nee, aber... Nee, nee, ist schon richtig so. Wir wollen dir helfen. Schließlich sind wir ja deine Eltern. Nein! Kusa, die geht aufs Haus.